ja hallo meine lieben willkommen zu ich weiß nicht wievielsten episode mittlerweile weil ich produziere wie bekannt ist vor ich starte die episode diesmal nicht mit dem anfangsbildschirm sondern einfach mal mittendrin weil eigentlich von dem plan dass wir uns irgendwo ein date angeln aber der michael meyer der uns ganz sicher ermorden möchte jetzt vorbeikommen bei uns abhängen und das finden wir jetzt für in ordnung und deswegen warten wir zum einfach mal ab was passiert während er hier noch duscht und die pinkhaarige familie ich weiß ob das pink oder noch rosa ist ich weiß es nicht aber der michael der kommt gerade schon angechockt langsam junge nicht dass einen herzinfarkt beim laufen bekommst so und weil wir eine dampfende dusche genommen haben ist der ich weiß gar nicht mehr wie er heißt paolo auch schon ganz ich weiß nicht warum wir den paolo genannt haben komm wir posieren gleich mal ein bisschen aufreizend das ist doch voll in der plan komm michael wir probieren schon kein bock kaum freundlich nach liebesleben fragen gerade erst so wieso komm so ja und du und wie oft hast du so und steckst so einen weg komm flirte auch ein bisschen und weil uns das hier so langweilig ist mit unseren zwei komischen schwestern möchten wir um eine verabredung bitten so verabredung wir möchten von hier weg wo gehen wir denn hin mit dem schlangen lässt museum will doch keiner die lounge hatten wir beim letzten mal wir gehen ins schlangen lässt und hoffen da ist das lustig denn bei so einer verabredung hat man hier dann auch ziele und ich rede schon wieder während dem ladescreen das heißt ich kann ihn wieder nicht wegschneiden aber wir gehen einfach jetzt mal ins schlangen lässt und hoffen dass da was spannendes passiert weil wir haben jetzt um eine verabredung gebeten und meistens ist das ende von so einer verabredung höchst romantisch aber wir möchten ja serienromantiker werden das heißt wir werden sowieso einige typen hier verbrennen so erstmal flirten wir weil das ist ja hier oben unser ziel wir möchten hier flirten kommt geht erst mal hier rein wer ist das hier das ist diese gute gute die gute gibt es hier noch ein stockwerk oben drüge was ist das so ein komischer schuppen hier und die sitzt hier so und wir setzen uns einfach neben und flirten komm wir flirten noch mal und wir flirten noch mal damit wir hier sind drei schuppen oh das haben wir schon abgeschlossen das ging jetzt oh gott was kommt denn da angewandt der antonio so haben die alle so italienische namen so mit geschichte haben wir jetzt auch erzählt so 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 und so 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 Der erste Kuss kommt, bevor die Zeit abläuft. Komm, aufreißen, das kriegen wir noch hin. Und ersten Kuss erleben, komm, das schaffen wir noch. Komm schon, komm schon. Der erste Kuss kriegen wir noch hin. Ja, wir wollen. Jawoll, jawoll, jawoll. Komm, jetzt Gold rausholen, komm, Gold. Ah, das ist nicht Gold genug. Wo kann ich tiefgründige Gespräche? Ich möchte eigentlich tiefgründige. So, komm. So, komm, noch eine tiefgründige Unterhaltung. Ist das hier ein Job, den wir hier durchziehen müssen? Damit wir Gold bekommen. Ah, das ist schon ein sinnlicher. Das ist schon ein sinnlicher Austausch. Ich merke, wir haben Gold erreicht, juhu. Wir möchten jetzt einen leidenschaftlichen Kuss. Wo ist der? Ah, der Führer, Schluss, dann kommen wir mal. Komm, wir haben zwar Gold erreicht, aber wir möchten noch mehr. Das ist hier ein Job, wir müssen den durchziehen. Das ist anstrengend, das ist wirklich sehr anstrengend. Komm. Wir möchten uns gestehen, dass wir uns angezogen fühlen? Nee, Freunde möchte ich noch nicht. Ach, wobei. Das ging schnell. Einmal so ein Date und schon kommen, sind wir zusammen. Der Adoptu, der muss sich hier noch nicht durchspotchen. Komm, jetzt noch einen leidenschaftlichen Kuss. Okay, warum gibt es das nicht? Okay, warum gibt es das nicht? Komm, noch mal küssen. Warum gibt es denn keinen Kuss? Komm, wir müssen uns schlüsseln, dann tue ich auch nochmal. Oh, da hast du dich gerade gesehen, oder? Komm, geh erstmal aufs Klo. Das ist glaube ich jetzt gerade wichtiger. Ist das ein Klo mit Glory Hole? Weil das so eng gebaut ist, können wir bitte die Wände kurz ein... Fuck my life, ey. Ähm. Wo sind wir hier? Ich seh's nicht. Ähm. Oh, die Wände blenden wir einfach mal wieder aus. Oh, wer ist das denn? Ach, das ist schon wieder der komische Gärtner, den wir das letzte Mal gesehen haben. Die Verabredung geht ja immer noch ewig. Komm, wir kriegen noch einen leidenschaftlichen Kuss hin. Und sie ist einfach nicht, oder? Blablablablablablablablablablablablablablabla. Ich möchte das... abschließen. Puh, das fuckt mich jetzt schon ab. Puh, das fuckt mich jetzt schon ab. Ich möchte einen fucking leidenschaftlichen Kuss hier austauschen, aber warum geht das nicht? Puh, das fuckt mich jetzt ab. Komm, dann halten wir noch mal Händchen. Heiratsantrag machen geht, aber noch kein leidenschaftlicher Kuss, oder was? Ich bin ein Fettich. Ich bin ein Fettich. Oh, das fuckt jetzt ab. Komm, einmal ewige Liebe erklären. Ich bin ein Fettich. Entschuldigung, warum? Komm, machen wir noch mal ein Kompliment über Aussehen. Irgendwann muss doch mal hier irgendwas sein. Oder suche ich in der falschen Ecke. Für mich super. Nein, ich bin ein Fettich, aber ich bin ein Fettich, ja. Ich bin ein Fettich, ich bin ein Fettich, ja. Das also ist ein Fettich. Lass es sich nicht in H echieren. Das ist ja ganz schön. Ich küsse nur eine... keine Ahnung. Ah, wir haben wenigstens Gold abgeschüttelt. Ich finde im Inventar was Besonderes zu erinnern. Überall? Was? Ich möchte... ich... hä? Da steht doch... Im Haushaltsinventar deines Sims findest du etwas Besonderes zur Erinnerung. Keine Ahnung, ein Schwangerschaftstest oder was? Wow, was ist das? Keine Ahnung. Wir gehen nach Hause. So, dann haben wir den Paolo nämlich schon mal unter die Haube gebrannt. Also was heißt, wir haben unter die Haube gebrannt. Wir haben zumindest schon mal einen Freund. Wir müssen noch auf eine zweite Verabredung gehen, mit ihm wahrscheinlich. Und dann servieren wir ihm wieder eiskalt ab. So, das machen wir so. Oder wir gehen fremd. Mal sehen. Er ist ja ein Serienromantiker. Soll ja möglichst viele Leute kennenlernen. Ich übel Sie einfach mal den Versen. Soll es nicht jeder für die Haube. Soll es nicht jeder für den Haube. Das ist ja recht, was es ungefähr. Soll es nicht jeder für die Haube. Soll es nicht jeder für die Haube. Soll es ja außerhalb. So, wir sind zurück zu Hause und ich denke, wir enden die Folge jetzt immer wieder hier. Zusammenfassend haben wir gesagt, wir haben jetzt die erste Beziehung. Wir gehen beim nächsten Mal, oder vielleicht mache ich das auch im Off, gehe ich noch auf eine zweite Verabredung und dann suchen wir uns auf der Verabredung vielleicht schon einen neuen Lover für ihn hier. Ich weiß nicht, warum ich die anderen beiden erstellt habe. Die sollen einfach nur arbeiten, glaube ich, und ich kündige auch mit ihm, glaube ich, den Job wieder. Die sollen einfach auf die Arbeit gehen, sondern Geld verdienen, während er hier sich ein schönes Leben macht. Im Haushaltsinventar sollten wir eigentlich was Schönes finden. Ich weiß nicht, wo das Haushaltsinventar ist. Vielleicht kann mir das jemand von euch sagen. Mal sehen. Gut, ich ende dann jetzt hier. Denkt daran, wie immer, kommentieren, abonnieren und was weiß ich nicht alles. Und bis dann. Gagga. Gagga. Untertitelung des ZDF, 2020